Viele Kinder leben als Waisen. Sie sind arm und besonders anfällig für Krankheiten. Mit dem Waisenfonds unterstützt Islamic Relief mehr als nur ein Waisenkind. Dank der Spenden an den Fonds bauen wir Waisenhäuser. Die Kinder profitieren von Gesundheitsprojekten und können die Schule besuchen. Dies alles sind einfache Wünsche eines jeden Waisenkindes und seine Eltern hätten sicher alles Erdenkliche getan, um sie zu erfüllen. Schenken Sie Waisenkindern Liebe. Sie können ihn zwar nicht ihre Eltern wiederbringen, doch mit einer regelmäßigen Spende an den Waisenfonds bieten sie ihnen eine bessere Zukunft. Ein Waisenkind bringt Segen in ihre Familie. Guten Tag, ich habe gute Nachrichten von ihrem Waisenkind für Sie. Islamic Relief. Gemeinsam für eine bessere Zukunft. Von Waisenfonds und ein bisschen Barschen von dem Waisenkind. Frau, Frau, bin ich mit einem guten Tag. Und jetzt behandle ich mich, und ich habe dich straxiert, dass es viele In das Jahrhundert, das war Dissene Waisenkindern von Barsch. Und das war Dissene Waisenkindern von Waisenkindern. Vielen Dank.